Hallo, wir sind Augmented Robotics, ein junges, innovatives Start-up aus Berlin. Seit 2019 sind wir dabei, die Spielwarenindustrie mit Hilfe von Augmented Reality und Machine Learning zu revolutionieren. Unser gemischtes Team besteht aus Ingenieuren, Softwareentwicklern und fleißigen Bürokriegern. Wir verbinden Spielwaren mit virtuellen Spielen und machen fantastische Welten sichtbar. Wir schaffen den neuen Markt der AR-Spielwaren mit digitalen Vertriebsstrukturen, um gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft zu gestalten. Das Herz unseres Projektes ist RoboHeart. Dieses kann an einer beliebigen RC-Spielware angebracht werden und ermöglicht die Steuerung per Smartphone. Das RoboHeart erweckt Spielwaren zu neuem Leben.